Herzlich willkommen bei Börse Sessional. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben exzellente Anlageentscheidungen getroffen. Ja, die Börse geht auf und ab, auf und ab. Wer glaubt, dass die Aktienkurse steigen, der täuscht sich. Und wie im letzten Video versprochen, schauen wir uns mit der technischen Analyse mal genau den Aktienmarkt an. Denn er ist nicht am Steigen, auch wenn es immer wieder Tage gibt, wo es deutlich nach oben geht. Und das wollen wir uns mal ganz genau angucken. Vor allem wollen wir uns auch noch ein paar Indikatoren angucken, wie Volumen und wie andere, die Sie gleich nach dem Intro sehen, um den Aktienmarkt wirklich auf den Zahn zu fühlen, um das Crash-Risiko oder die Korrektur-Risiko abzuschätzen. Alles gleich nach dem Intro. Schauen wir uns zunächst wie immer den globalen Aktienmarkt an, anhand des Stocks Global 1800, also die 1800 größten Aktiengesellschaften der Industrienationen, ähnlich wie der MSCI World aufgebaut, also nach Marktkapitalisierung gewichtet. Und wenn wir uns das ansehen, die schwarze Linie, das ist jetzt seit Jahresbeginn, seit 2.01.2024, dann sehen wir erstmal, es gab gute Gewinne. Wir sind jetzt hier 14% im Plus in Euro. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die Aktien sind zwar nicht alle in Euro, das heißt, hier gibt es Währungsschwankungseinflüsse, aber wir müssen das so betrachten, denn wir sind ja Euroanleger. Wir haben ja Geld und legen Euro an. Also 14% Plus mit Währungsgewinne und Währungsdifferenzen, sage ich mal. Das ist ja bei japanischen ist es der Yen, bei amerikanischen ist es der Dollar. Also das ist so ein Gemisch aus Währungsgewinn und Währungsverlust. Aber so, wenn wir es so angelegt haben, 13,9, 14% Plus seit Jahresstart. Und das ist schon mal die erste wichtige Linie, die viele Charttechniker nicht im Blick haben, nämlich, wie hat das Jahr begonnen? Das ist für die großen Player, die am Aktienmarkt agieren, also die großen Vermögensverwalter, die auch den größten Einfluss auf den Markt haben, eine ganz wichtige Linie. Warum? Sie müssen am Ende des Jahres und mit einem Halbjahr berichten, wie die Saison verlaufen ist. Und sie wollen natürlich als erstes ein Plus ausweisen können. Jeder Anleger freut sich, wenn dann nach einem Jahr Plus dazugekommen ist. Deswegen ist diese Linie sehr wichtig. Und wenn der Kurs an diese Linie dopst, dann wird es gefährlich. Weil das wollen Vermögensverwalter nicht. Sie wollen das Geld der Kunden vermehren. Logisch, wir wollen es ja auch. Deswegen diese Linie ganz, ganz wichtig. Da sind wir aber weit entfernt, eben 14%. Der Abstand ist riesig, gesund. Das heißt, da ist auch viel Risikopuffer da. Dann sehen wir uns an die Unterstützungslinien. Wir haben hier eine Unterstützungslinie. Das war hier im Augustestief und jetzt hier das eben im September. Hier haben wir zwei Unterstützungslinien. Das heißt, wenn die Kurse fallen sollten, dann würden, wenn sich jetzt der Gewinn halbiert, also bei 6% plus oder von jetzt aus gesehen 8% runter, dann hätten wir eine Unterstützungslinie. Und vorher käme schon nach 4% Abwärtsbewegung, käme auch schon eine Unterstützungslinie. So die Theorie zumindest. Denn hier haben wir gesehen in kürzester Vergangenheit, dass hier die Anleger einsteigen bei dem Tief und deswegen Unterstützungslinie. Sollte dieser Kurs erreicht sein, gehen wir davon aus, dass dann dieselben Anleger auch wieder kaufen bei diesen Kursen. Das ist natürlich, Theorie und Praxis gehen manchmal auseinander. Wenn nämlich in dieser Zeit neue Informationen kommen, die schlecht aussehen, dann gehen die Kurse natürlich auch weiter unter die Unterstützungslinie. Aber wenn jetzt nichts grandios Schlechtes dazukommt an Informationen, dann haben wir hier diese zwei Unterstützungslinien. Und dann haben wir natürlich auch Widerstandslinien. Das heißt, wenn es nach oben geht, wann verkaufen die Kunden, die Anleger bei 15%. Also wenn wir jetzt so 2% nach oben gehen, 1,5-2%, dann haben wir schon eine Widerstandslinie. Dann kann es schwieriger werden, hier drüber zu kommen. Und ebenfalls bei 16,68%. Also wenn es jetzt nochmal so um 2,5-3% nach oben geht, dann haben wir auch eine Widerstandslinie. Das ist der globale Aktienmarkt. Was auch ganz wichtig ist, ist der Abstand zur 200-Tage-Linie. Hier haben wir 5,12%. Das ist ein gesunder Abstand. Das ist weder gefährlich. Gefährlich wird es, wenn der Abstand mal über 10%, 15% oder gar 20% ist. Dann ist der Markt meist übergekauft. Und dann gibt es die Gefahr, dass eben Gewinnmitnahmen kommen und die Kurse wieder nach unten treiben. Oder wenn man nahe an der 200-Tage-Linie ist, hier haben wir eine Unterstützungslinie. Wenn es darunter fällt, dann greifen wir aber auf technische Systeme, die unterhalb der 200-Tage-Linie verkaufen. Deswegen ist diese Linie auch gefährlich. Aber ein Abstand mit 5 ist ganz positiv. Dann sehen wir hier den relative Stärkeindex, der eher die Kurzfristigkeit anlegt. Der kommt gerade von unter 50 auf über 50. Das ist ein Kaufsignal. Ich sehe den eher als Kontraindikator. Das heißt, wenn er hier stark überrot ist, dann ist die Gefahr, dass die Kurse einbrechen. Oder eine Korrektur kommt relativ hoch, wie wir das hier eben im August gesehen haben. Aber der ist im Moment über 53. Die Welt ist kurzfristig in Ordnung. Also das Gesamtmarktbild sagt, ja, wir haben hier einen engen Rahmen eigentlich, wo dann doch schnell verkauft wird. Also es ist doch sehr, sehr zittrig. Auch wenn wir die Tage angucken, dann geht es hoch, runter, hoch, runter. Und am Ende des Tages gibt es einen Plus. Aber das ist nicht einheitlich. Das ist sehr, sehr schwankend im Moment. Schauen wir uns den wichtigsten Markt an, nämlich den amerikanischen, anhand des S&P 500. Hier haben wir noch das Volumen, das wir dazu nehmen. Auch hier weit weg vom Jahresstart. Das heißt, der S&P 500 hat 17,3 Prozent bis jetzt gemacht. Seit 2.1.2024. Das heißt, die Linie ist weit entfernt. Und viele, viele Formnetscher und Vermögensverwalter haben also einen großen Risikopuffer, können also Risiko halten. Wenn es ein bisschen zurückgeht, ist nicht schlimm. Die Anleger haben am Ende des Jahres dann immer noch Plus. So muss man diese Zahl lesen. Dann haben wir Unterstützungslinien bei 9. Das heißt, wenn es so um ungefähr 8 Prozent runter geht. Und aber auch schon vorher, wenn es so um 4 Prozent runter geht, haben wir auch schon eine Unterstützungslinie. Das haben wir hier im September gesehen. Die ist vom August. Außer es kommen natürlich ganz schlechte Nachrichten. Da komme ich gleich drauf zurück. Wir sehen ja, dass die Widerstandslinien hier sehr, sehr eng beieinander sind. Das heißt, es muss nicht sehr stark noch steigen. 1 Prozent, 1,5 Prozent, 2 Prozent. Dann haben wir einen Widerstand. Dann kann es sein, dann sind wir ja bei Allzeithöchstständen wieder, dass es dann wieder verkauft wird. Der Abstand zur 200-Tage-Linie ist hier größer in den USA. 8,9 Prozent, also fast 9 Prozent. Das ist okay. Auch hier hat man noch viel Risikopuffer. Wenn wir mal nur die Kurse ansehen. Auch der relative Stärkeindex ist über 56, ähnliches Bild wie am globalen Markt. Klar, denn 600 Aktien sind hier ja sehr identisch. Es ist praktisch dasselbe Portfolio wie dem S&P 500. Starker Einfluss vom S&P 500 auf den Stocks Global 1800. Wenn wir das mal betrachten, dann sehen wir erstens, was ich eingangs gesagt habe. Wir haben hier eine Aufwärtsbewegung gehabt bis Juli. Deswegen heißt es ja Sell in July, but remember to come back on Halloween. Ich habe es jetzt ein bisschen umgestellt. Sie kennen die Börsenweisheit ja vom Mai her. Der Juli ist in den USA, aber der bessere Zeitpunkt, gibt es ja Studien drüber. Also hier ist es so nah ganz typisch im Juli der Hochpunkt, der nicht mehr erreicht wurde. Also hier ist nur ganz knapp dran. Und seit Juli haben wir keinen Aufwärtstrend mehr. Hier haben wir eine Korrektur gehabt, eine gesunde Korrektur, würde ich mal sagen. Denn die KI-Werte waren einfach überzogen teuer. Dann die Gegenbewegung und die ging aber nicht hier drüber. Wenn die jetzt drüber gegangen wäre, dann könnte man sagen, okay, jetzt setzt sich ein Aufwärtstrend fort. Aber er wurde hier nur leicht nicht ganz geschafft. Das heißt, wir befinden uns hier eher in einer Seitwärtsbewegung. Auch wenn die Tiefpunkte hier nach oben gehen, das würde jetzt eher wieder von Aufwärtstrend sprechen. Wir haben hier einfach keine Eindeutigkeit. Das kommt natürlich auch mit der Saisonalität zusammen. Der September, wenn Sie das Video Saisonalität anschauen, dann wissen Sie, warum der September ein sehr schlechter Monat ist. Der wichtigste Termin, und jetzt kommen wir darauf zurück, was es für Nachrichten geben kann, ist die FED am 18. September. Hier wird verkündet, ob die Zinsen so bleiben, wie sie sind, oder runtergefahren werden oder erhöht werden. Das ist natürlich sehr unwahrscheinlich. 0,25% Senkung ist schon eingepreist. Ich würde sogar sagen, dass viele erwarten 0,5%. Meine Kollegen meinen viele, 0,5% wäre eine positive Überraschung. Da würde der Aktienmarkt abgehen. Mag sein. Ich glaube aber, hier ist schon viel eingepreist, weil die Kurse doch relativ gut sich jetzt auch wieder nach oben bewegt haben, nach den Korrekturen. Auch im September haben wir hier eine starke Aufwärtsbewegung, hier nach dem Tief. Im Moment ist der Impuls eher nach oben als nach unten, aber es ist noch nicht ganz klar. Ich würde eher sagen, dass wir hier den Widerstand, wenn die Kurse überhaupt zu weit steigen, wieder greifen und die Kehrtwende kommt nach unten. Also ich denke, wir sind im SP500, am amerikanischen Aktienmarkt, in einer Seitwärtsbewegung seit Juli. Keine Aufwärtsbewegung oder sogar in einer Korrekturphase, die schwankend ist. Übrigens, diese Schwankungen in der Korrekturphase sind ganz, ganz typisch für US-Wahljahre. Schauen Sie sich das Video Sessionalität an, da erfahren Sie das. Jetzt ganz wichtig, schauen wir uns die Volumen an. Wir sehen hier die gelbe Linie, das ist so ein bisschen der Durchschnitt, damit man besser den Trend sieht. Und die Volumen sagen Folgendes aus. Wenn ich wenig Volumen habe, dann sind die Kurse nicht so aussagekräftig. Logisch, weil die Kurse dann nur die Meinung weniger Handelspartner oder Anleger widerspiegelt. Habe ich viel Volumen, dann sind die Kurse aussagekräftiger. Aber noch wichtiger ist eigentlich zu betrachten, in welche Richtung bewegen sich die Volumen und in welche Richtung die Kurse. Geht beides in die gleiche Richtung, spricht man davon, dass der Trend intakt ist, gehen die Dinge auseinander, dann ist der Trend nicht intakt und wird wahrscheinlich sehr schnell sich ändern. Also wenn ich einen Abwärtstrend habe und die Volumen steigen aber, dann heißt es ja, da gehen jetzt viele Anleger rein, dann ist auch anzunehmen, dass der Tiefpunkt so gut wie erreicht ist oder bald erreicht ist. Und umgekehrt, wenn die Kurse steigen und steigen und aber die Volumen sinken, heißt immer weniger Anleger steigen bei diesen hohen Kursen ein. Dann ist auch anzunehmen, dass sich das wieder ändert und der Aufwärtstrend stoppt. Schauen wir uns das hier an, dann sehen wir, dass die Kurse hier schon, die Volumen fallen, die Kurse bleiben gleich. Auch hier sind die Volumen runtergegangen und der Trend nach unten hat sich fortgesetzt. Und hier haben wir jetzt einen leichten Aufwärtsbewegung. Also man kann anhand hier dieser Bewegung des Volumen auch nicht ablesen, ob jetzt ein Wandel kommt. Ich würde eher sagen, die Volumen, hier ist ganz klar, haben wir eine Unterstützungslinie, wenn die Kurse so weit fallen, dann kommt neues Volumen rein, dann wird angelegt. Hier ist es nicht so deutlich, deswegen ist diese Widerstandslinie nicht so bedeutend wie die tiefere hier bei 8, bei 9 Prozent plus. Aber die Volumen sind hier eher am sinken und die Kurse sind am steigen. Das ist das, was ich hier sehe. Also die Kurse steigen, die Volumen sinken leicht, aber nicht sehr stark. Das heißt, das Zeichen ist nicht sehr aussagekräftig, nicht sehr stark. Aber wenn, dann würde es eher, sage ich mal, unterstützen, dass diese Widerstandslinien hier nicht überschritten werden. Das heißt, dass wir keinen Aufwärtstrend im S&P 500 haben, sondern eher eine Seitwärtsbewegung oder sogar einen leichten Abwärtstrend. Ich denke, das ist ganz normal Saisonalität. September, Oktober sind schlechte Monate. Das werden wir hier am S&P 500 auch sehen. Und dann nach Halloween beziehungsweise mit der US-Wahl, nach der Wahl, werden die Kurse dann entsprechend reagieren. Vielleicht noch mal kurz runtergehen, wenn die Wahl nicht so ist, wie die Wirtschaft und die Anleger sich wünschen. Das werden wir dann sehen. Aber oftmals kommt dann auch nach einer Ernüchterung dann gleich die Jahresendrallye nach der Wahl. Und so ähnlich werde ich das aussehen. Ich glaube, bis zur Wahl werden wir jetzt keine großen Schritte machen, nur so ein Hin und Her, also eher so eine Seitwärtsbewegung, eher im Korrekturmodus. Den großen Crash sehe ich nicht, außer es kommt irgendetwas ganz Unvorhergesehenes, zum Beispiel, wenn die FED die Zinsen lässt. Das wäre natürlich ein Schlag ins Gesicht. Dann würden die Kurse erst mal fallen, würde ich vermuten. Oder wenn 0,25 ist, könnte auch schon eine Enttäuschung da sein, weil doch etliche von 0,5% Zinssenkung ausgehen. Ja, also die FED, das ist der wichtigste Indikator, was die EZB macht, interessiert am Markt nicht so sehr, haben wir ja gesehen. Also da kommt ja kaum Reaktion am Markt, wenn die EZB die Zinsen senkt. Die FED ist hier ausschlaggebend und die FED hat zwei Zeichen. Die Inflation ist jetzt bei 2,8% in den USA. Die Inflationsgefahr laut FED ist weg. Da wird nicht mehr viel passieren. Es wird eher runterkommen. Das heißt, die Notwendigkeit, die Zinsen hochzuhalten, ist nicht mehr da. Die Rezessionsgefahr wird stärker eingeschätzt. Deswegen sind hier die Zinssenkungsfantasien recht hoch am Markt, aber auch schon sehr eingepreist. Dann schauen wir uns Europa an. Europa hat ein etwas anderes Bild. Wir haben hier, auch der Jahresstart ist stark, sag ich mal, ist weit weg, nicht ganz so weit weg. Europa hat seit Jahresanfang nur 7,45% gemacht, also 10% weniger. Und wir sehen anhand der Widerstandslinie, dass der Kurs vom Mai nicht mehr überschritten worden ist. Hier ist er nicht überschritten oder leicht überschritten nur. Also hier erreicht. Aber alle anderen Hochs haben die Widerstandslinie oder den Hochpunkt vom Mai nicht mehr erreicht oder gerade so erreicht. Das heißt, wir sind eigentlich seit Mai in der Seitwärtsbewegung, wie man anhand dieses Charts ja ganz gut sehen kann. Und hier sehen wir auch, dass für Europa diese Sell-in-May-Saisonalität besser ist. Also wenn man im Mai verkauft hat, hat man jetzt nichts groß verpasst. Im Gegenteil, man hat hier Verluste zu heute zumindest vermeiden können. Ich habe übrigens zwei Strategien, die Sell-in-May praktizieren. Die stehen sehr, sehr gut da. Die haben eine super Performance, ich glaube, 26% gemacht. Das nur am Rande. Ja, was sehen wir noch? Wir sehen die 200-Tage-Linie. Hier ist der Abstand sehr, sehr klein. 2,5%. Das kann schnell mal an einem Tag unterschritten werden. Das heißt, Europa ist gefährdeter für einen Abschwung. Die Unterstützungslinien sind bei 1,2 oder bei 5,8. Hier, die jüngste Unterstützungslinie wäre schon bei 2% runter erreicht. Also dann käme Unterstützung dazu. Und die größere Unterstützungslinie ist hier bei dem Tiefpunkt vom August, Anfang August. Das wäre dann wirklich um 6% runter. Ja, nicht ganz, ja, so um 6% nach unten. Nicht ganz 5,5 oder sowas in der Richtung. So, das heißt, Europa ist a, schwächern gestiegen und ist auch jetzt gefährdeter für einen Abschwung. Oftmals ist es ja so, dass US stärker verkauft wird. Entschuldigung, dass die Amerikaner Europa schneller verkaufen, wenn sie dem Aktienmarkt nicht so trauen. Das kann man jetzt nicht so sehen. Den Chart habe ich gemacht, aber da man nichts sieht, habe ich ihn wieder gelöscht. Das heißt, ob das jetzt schon ein Zeichen ist für einen Crash oder für eine weitere Korrektur, das würde ich so nicht sagen. Das kann man jetzt nicht bestätigen. Weil es ja eben oft so ist, dass die Amerikaner kaufen, kaufen, alles wächst, dann sehen sie, Amerika ist gesättigt, dann nehmen sie Europa dazu, da gibt es auch spannende Aktien usw. Und umgekehrt, wenn dann der Markt eher schwach ist, dann verkaufen die Amerikaner, gerade die größten Vermögensverwalter, erst mal Europa und Asien sowieso schon vorher und dann als die amerikanischen Werte, wenn es dann immer noch schlecht aussieht. Und dann kann man da schon entdecken, wie die Stimmung ist, wenn Europa nämlich deutlich schlechter läuft. Das wollte ich damit sagen, aber das sehe ich nicht. Wenn man das kurzfristig betrachtet, dann kann man diesen Trend eben nicht klar erkennen. Dann haben wir hier auch den relative Stärkeindex, auch der kommt jetzt von unten über die 50, also ein Kaufsignal. Dann schauen wir uns natürlich Asien an. Asien sieht total viel, viel schwankender aus. Das ist klar, da ist einfach das Risiko höher, die Schwankungen größer. Das sehen wir im August wurde hier deutlich mehr verkauft. Das ging sogar ins Minus. Der Jahresstart ist nur 6% weg, also Asien ist noch schlechter gelaufen als Europa, aber eh nicht schlecht. Allerdings nicht in kürzester Zeit. Hier, wenn man guckt, ab hier, dann ist Asien ganz gut gelaufen, aber so seit Jahresanfang macht Asien eher, ja, auch, sage ich mal, eine Seitwärtsbewegung. Wenn ich mal gucke, wo die Widerstandslinie ist, dann waren hier die Höchstpunkte im Juli und im Ende Juli höher als der Höchstpunkt jetzt. Also wir haben hier eher auch seit Juli eine Seitwärtsbewegung und das Hoch im März ist jetzt auch nicht viel niedriger als diese Hochs im Juli. Deswegen ist Asien eher fast schon, wenn man es genau nimmt, eigentlich seit März 2024 in der Seitwärtsbewegung. Genau, und dann haben wir hier natürlich eine starke Unterschreitung der 200-Tage-Linie. Im Moment ist der Abstand nur 2,45 Prozent. Auch das kann an einem Tag schon weg sein. Ist die 200-Tage-Linie unterschritten, ist das ein Verkaufssignal für viele technische Systeme, dann geht es meistens erst mal noch weiter runter. Das heißt, dass Asien noch mal stärker korrigiert, die Gefahr ist deutlich größer und wir haben schon eine Widerstandslinie, geht nur 2, 2,5 Prozent nach oben und dann haben wir schon eine Widerstandslinie, die sich schon ziemlich hartnäckig hält das ganze Jahr. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass Asien eher noch gefährdeter ist, im Herbst jetzt noch eine Korrektur zu sehen. Der relative Stärkeindex ebenfalls über 50 ein Kaufsignal. Dann schauen wir uns noch was Interessantes an. Ich habe mir versprochen, noch ein besonderer Index, und zwar, wenn wir uns die Länder angucken. Wie schon vorhin erwähnt, sieht man dann manchmal einen Crash oder eine Korrektur kommen, wenn Europa sinkt und Amerika noch steigt. Das sehe ich hier aber nicht klar. Sie sehen, dass das alles sehr ähnlich läuft. Wir haben hier eben seit Jahresanfang, tut sich Europa ein bisschen schwerer als USA, die hier so einen schönen Aufwärtstrend hatten bis Juli. Dann die Korrektur. Aber so jetzt, es müsste eigentlich sein, dass Amerika steigt und Europa und Asien fällt. Dann wäre das ein Signal. Sehen wir hier aber nicht. Dann sehen wir uns noch an die großen und die kleinen Aktiengesellschaften. Auch das ist eine wichtige Information. Wir sehen hier ein Jahr zurück, dass der S&P 500 marktkapitalisierungsgewicht besser gelaufen ist als der gleichgewichtete. Das heißt, der Unterschied, die 500 Aktien sind im S&P 500, den Index, der am bekanntesten ist, nach Marktkapitalisierung gewichtet. Das heißt, die großen Aktiengesellschaften haben deutlich mehr Gewicht als die kleinen. Das bedeutet, dass der S&P 500 oftmals eben von sieben oder zehn Aktien beeinflusst wird, weil die so ein hohes Gewicht haben. Also die Big Tech-Werte, also Apple, Google, Amazon, Nvidia und die ganz Großen eben, die haben hier so viel Gewicht, dass man hier nicht ganz klar sieht, ob der breite Markt wirklich steigt. Und dieser Vergleich sagt mir eben, steigt der breite Markt oder steigen nur wenige große Aktien. Und das sehten wir hier seit Jahresbeginn, dass eben die großen Aktien, die großen Tech-Werte eben deutlich besser laufen als die gleichgewichteten, als der Rest des Markts. Also der Markt, der breite Markt ist jetzt nicht so stark gestiegen wie die Großen. Das ist das Erste, was ich hier sehe, auf ein Jahr. Das ist ja bekannt, wenn Sie meine Videos angucken, dann sehen Sie ja, dass diese Anomalie, es ist eine Anomalie, ja schon länger anhält. Schauen wir uns das kurzfristig an, da sieht es aber anders aus. Da sehen wir, dass hier im Aufwärtstrend eben der breite Markt tatsächlich steigt und der, sagen wir mal, die großen Aktiengesellschaften, der S&P 500, auch steigt, aber nicht so stark. Das heißt, so den vergangenen Vierteljahr oder auch im Monat, da hat es sich wieder sehr angeglichen. Aber in den letzten drei Monaten muss man sagen, ist der Markt in Ordnung. Also auch kein Zeichen. Auf einen Monat ist Gleichlauf. Würden die Aktienkurse im Gleichgewichteten sinken und im S&P 500 noch steigen, dann ist das auch ein Warnzeichen. Haben wir aber auch nicht. Das ist auch ein Grund, warum ich jetzt nicht denke, dass wir eine große Korrektur kriegen, sondern ein Auf und Ab. Geht ein bisschen runter, geht ein bisschen hoch. Also plus, minus 5 oder 8 Prozent ist da normal. Schauen wir das Ganze auch in Europa an. In Europa sieht es ein bisschen anders aus. Die zwei Indizes, gleichgewichtet und nach Marktkapitalisierungsgewicht, sind auf, nebenauf, also fast gleich auf. Und schauen wir uns die drei Monate an. Da ist der Unterschied allerdings nicht so groß. Also der Gleichgewichtete ist ein klein bisschen besser als der Marktkapitalisierungsgewichtete. Das heißt, so gesund ist jetzt der Markt in Europa nicht. Er ist eher wackeliger als USA. Das ist das, was man hier gesagt hat. Im Aufwärtstrend müsste der Gleichgewichtete deutlich stärker steigen. Und auf den Monat kurzfristig, da ist die Welt wieder in Ordnung, auch wenn der Unterschied sehr gleich ist. Jetzt die Kurse seit Anfang September steigen und der Gleichgewichtete steigt stärker. Das ist dann wieder eher ein positives Signal. Also rundum muss man sagen, ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Wir haben keinen starken Aufwärtstrend am Markt. Wir haben Impulse, die nach oben gehen. Natürlich die Fed, wenn die um 0,5 den Zins senkt, dann wird es wahrscheinlich schon stark bergauf gehen oder die Kurse würden sich mehr beruhigen. Wir haben aber auch einfach Abgabedruck. Das heißt, die Kurse geben auch schnell wieder ab. Also das ist der Markt im Moment. Ganz normal für den September. Mein Ausblick ist, September, Oktober nach wie vor holprig. Nach Halloween oder beziehungsweise spätestens nach der Wahl wird es dann eher wieder ruhiger werden und eher vielleicht deutlichere Zeichen geben. Aber bleiben Sie am Ball. Holen Sie sich ein Abo, damit Sie informiert werden. Ich mache fast jede Woche ein Video. Entweder mit einer technischen Analyse, mit einer saisonalen Analyse, mit einer Fundamentalanalyse, die wir wahrscheinlich erst übernächste Woche machen. Weil wir im Moment auch nicht in der Berichtssaison sind, ist es nicht ganz so spannend, das jetzt zu machen, sondern nächste Woche machen wir die Risikoanalyse. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Lassen Sie es gut gehen. Bleiben Sie gesund oder werden gesund, wenn Sie es nicht sind. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute. Ihr Thomas Rupp. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.